Helmack presents Denker-Pose, genau. Das macht es so ein bisschen dramatischer. Ja, wie ihr seht, ich sitze gerade im Zug, bin gerade unterwegs und dachte mir so, es gibt doch noch eine kleine Geschichte, die ich unbedingt gerne auf dieser Ebene mal kurz erklärt wollte. Es geht ja noch um die Socken von damals. Ihr ändert euch. Na, er kann? Alfonso Ribeiro Hi, you know, I wasn't born a dancer. I learned to do it with a lot of help. Loving what I do. I put a Pepsi in the motion. And that choice is up to you. The moonwalk. Or The King Turret. It's all right here in a breaking and popping book. Almost a hundred pages. Das haben nicht alle gewusst. Also von daher wieder zurück in die Denker-Pause und euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. And with my help you can learn too. ABONNIEREN! Hehehehehe!